Live von der Messe Hype Point in Amerika heute, was ganz Besonderes, heiße ich Sie recht herzlich willkommen. Mein Name ist Lutz Reinhardt, ich bin Bründer von sofa-experten.com und zeige Ihnen heute die Trends in Amerika. Ich bin bei Winnie Schillig, dem Hersteller aus Europa-Franken, der hier auch sehr präsent ist, und sitze hier auf dem Modell Giulia, welches 1 zu 1 hier so aussieht wie in Deutschland auch. Italienische Linienführung, Software-Sitzkomfort, Elementgruppen mit großen Kissen, also hier gibt es eine gewisse Überschneidung des Trends. Wir haben eigentlich die Gruppe 1 zu 1 hier nach Amerika genommen und auch sehr gut verkauft. Die Welt wächst also zusammen, wir sehen hier eine Globalisierung und das tut der Firma Schillig natürlich sehr gut. Jetzt bin ich auf der Liege Chill, die bei uns Czech heißt und die für Amerika etwas größer ist. Die Amerikaner lieben ja immer Big is Beautiful, größere Autos, größere Straßen und hier haben wir auch die Liege etwas größer gemacht, etwas breiter, etwas aufgeblasener und es gibt die Liege in den USA nur elektrisch. Aber die Bequemlichkeit ist auch hier ein Thema und deshalb kann man das hier auch kaufen. Übrigens, für Amerika war das ein komplett neues Thema und wir haben hier einen sensationellen Erfolg damit. Jetzt haben wir jetzt Sherry in einem ganz tollen Leder, Z77 in blau, neuer Ton und für Amerika etwas untypisch mit viel Kutzon. Aber wir sind hier in Amerika sowieso untypisch. Wir sind der Europäer, wir haben die besondere Ware, wir haben einen kleinen Markt. Und trotzdem machen wir ordentlich Umsatz hier an Willi Schillig, jenseits der 20 Millionen und haben einen sehr guten Erfolg. Eben weil viele Leute German Engineering, European Style lieben. So ist unsere Unterschrift hier. Ja, ich werde Ihnen jetzt noch einen kleinen Rundgang auf der Messe machen, damit Sie einen Eindruck von Willi Schillig in den USA bekommen. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Übrigens, viele dieser Produkte, welche Sie hier sehen, finden Sie auch bei unserem Online-Outlet Profischnap.de. Natürlich zu stark reduzierten Preisen wie immer und sofort verfügbar. Okay, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Lutz Reinhardt. Hier das versprochene Video des Messestands von Willi Schillig in Highpoint USA. Hier sind die Liegen, die etwas dicker sind. Hier haben wir auch ein Modell 1 zu 1 zu unserem deutschen Modell mit verstellbaren Rücken. Das sieht man da drüben. Hier ein ganz schönes Modell von Jan Armgart, Sally, was wir leider im Outlet noch nicht hatten. Spezialthema für Amerika, Recliner, also mit integrierten Fußstützen. Das ist hier ganz groß, haben wir jetzt neu bodenfrei. Und auch neu hier das Thema Relax-Sessel. Die Amis wollen natürlich alles elektrisch. Easy going ist angesagt. Jetzt muss ich etwas leise sein. Da hinten sitzt der Chef von Willi Schillig, Erik Stamberger, der mich hierher eingeladen hat. Jetzt gehen wir zum Modell, wo wir angefangen haben. Romeo und Julia. Hier in Leder. Guten Erfolg haben wir auch mit Sesseln. Viele Sessel, die Sie kennen. Die Sie auch bei Profi-Schnap.de bekommen. Und hier Fast Delivery. Diese Sachen sind hier in Amerika gelagert. Da leben viele Kunden mehr darauf. Da hinten sind sie den amerikanischen. Unsere Bewirtungszone. Ähnlich wie in Frohlach. Ein spezifisch amerikanisches Modell. Tab 3. Abgeleitet von Taboo. Soft, weich, mit Steppung. So etwas geht hier. Der Sessel von Black Label. Heißt, ja, weiß ich jetzt nicht. Eine amerikanische Garnitur. Und hier ein elektrisches Bettsofa. Da hinten noch Recliner bodennah. Die alte Schoße. Sie sehen, in Amerika wird der Stil auch moderner. Sie werden auch von der Globalisierung her erfasst. So, jetzt muss ich zum Flieger. Und morgen bin ich wieder zu Hause. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ein Bild will ich Ihnen noch zeigen. Die Theke. Wunderbar gemacht. Dankeschön. Tschüss.